Noch ein Tor wohl nicht? Äh, nein danke, lieber nichts. Okay. Wummin! Ich fang vorsichtig an. Mit keiner in diesem Raum hab ich jemals Sex gehabt. Okay, wer ist mir glaubt, darauf trinke ich einen. Ich find es schrecklich, warum ist das immer so? Ich will doch nichts weiter als eine Freundin finden, ohne irgendwelche Haken, ohne Hindernisse, ohne Bomben aus dem Hinterhalt. Aber das ist auch egal, denn ich bleibe, was ich schon eine ganze Weile bin. Eine pflegeleichte Single-Lesbe. Auf der Suche nach Liebe. Wie ist das, du? Du hast doch nichts mit Max gehabt, oder? Oh, unsere Ila ist ja verknallt. Okay, nice!